Hallo meine Freunde, hier ist Gefliegenes Wesen. Jetzt willkommen zurück zu Gleif Parkers Jericho. Ich will nicht mehr. Euer Wille ist schwach. Eure Magie minderwertig. Akzeptiert mich als eure Herren oder eure Seelen werden den Weg für unsere ruhmreiche Armee pflastern. Das Erstgeborene? Ich glaube nicht. Wie kann es sein, dass diese Arschlöcher noch am Leben sind? Das ist doch mittlerweile schon 70 Jahre her. 65. Wie war das bei unseren Vorgängern? Wie konnten sie den Spalt schließen? Wir wissen es nicht. Sie sind nie wieder zurückgekehrt. Das klingt ja spitzenmäßig. Vielleicht haben sie uns ja einen kleinen Gruß hinterlassen. Delgado, steck deine verdammte Waffe weg! Frank, was ist los mit dir? Ich habe keine Lust auf ein gottverdammtes Selbstmordkommando. Wenn du dieses Ding auf mich richtest, solltest du es besser auch benutzen. Was hast du getan? Ach verdammt. Frank, hör auf! Was zur Hölle ist nur los mit dir? Paul! Delgado, Waffe weg! Abby, halte die beiden zurück! So, können sie ihn wiederbeleben? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Trete zur Seite! Hä? Was? Oh. Jones, stillen Sie diesen Mann unter Arrest. Du das nicht, Jones. Er lügt. Wer weiß, was er uns sonst noch verheimlicht. Delgado, du hast versehentlich deine Waffe abgefeuert. Das war kein Versehen. Versehentlich, Delgado. Versehentlich, Delgado. Sicher. Ein Versehen. Wir sind noch nicht fertig. Du hättest sie einander töten lassen sollen. Du hättest sie einander töten lassen sollen. Jetzt muss ich das übernehmen. Lichthammer, ich bin Peter Paul Rawlings vom United States Army Chaplain Corps. Der Krieg ist vorbei. Lassen Sie uns passieren und wir werden unser Möglichstes tun, um Sie und Ihre Männer aus diesem Fegefeuer zu befreien. Arroganter Bastard. Du wagst es mich anzusprechen? Ich werde dich deiner Männlichkeit berauben und sie deinen Hexenhuren zum Fraß vorwerfen. Lichthammer hatte schon enorme parapsychologische Kräfte, bevor sie vom Erstgeborenen assimiliert wurde. Wer weiß, wozu sie jetzt fähig ist? Wo ist sie hin? Hey, pass auf! Was sind für die Junkers? Lass das! Wir werden uns verlosen sein. Granate im Anklub! Vorsicht, Granate im Anklub! Lass das! Wass тому wird es wimmen! Ach,aba�! Was waren Sie aus? Was sind du hier? Wenn du hier rauskommst! Eine Munition hat ihn ab, Simone. Beutreffer! Ziel hat er uns organisiert. Erwischt! Schiffen wir hinweg jetzt hier. Broding thief! Vom Glauben, scheißkerl! Rose, Broding's braucht Hilfe! Legarlo ist kampfunweg, Sir. Broding's sieht nicht gut aus! Ich bin okay. Wie lang war ich außer Gefecht? Ich brauche etwas Munition, Cole. Munition ist unterwegs. Church hat's erwischt. Boah. Delgado hat's erwischt. Inbelebt sie wieder, Leute. Du hast alles gut bei mir. Munition ist unterwegs. Da oben ist sie. Da oben. Ich kann grad nicht. Doch, jetzt hier. Was ist das denn? Ich weiß nicht, wer diese Typen sind, aber sie verdienen unseren Dank. Ross, wenn sie zu mir springen müssen, haben sie meinen Segen. Halt sie nicht leer gedrückt und finden sie, hm, wir sind ja gar nicht mehr. Das Team Omega. Wählen sie mit Q und E die linke oder die rechte Pistole aus. Wählen sie im Fallen Wurs, die Pistole und den Bewegungsdaten aus. Exklusiv. Standard. Fragment. Glaube. Standard. Exklusiv. Jones ist schwer verbunden. Ohne Exklusiv hier. Okay. Kommen wir mal beidseitig. Fragment raus. Halt sie eh gedrückt um Geister an Eis zu leiten. Suchen sie nach einem gekennzeichnen und lassen sie eh los. Jetzt weiß ich's wieder. Gehorche den Befehl Gottes. Erhebe dich. Ah, okay. Zocken wir mal ne Runde mit dem guten Priester hier. Blackwatch. Das britische Office of Strategic Services hat erfahren, dass die Deutschen, die dunklen Mächte, ja natürlich wie die Deutschen. Immer sind's die Deutschen. Immer sind's die Deutschen. Alkalis nutzen wollten. Daraufhin entsandte es die streng geheime Kommandotruppe Jericho, ne Blackwatch mit dem Auftrag sie zu vernichten oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ach ich will sie wieder. Wunder was hier los ist. Den will ich doch gar nicht. Ich will auch hier Rawlings. Wo geht's lang? Anscheinend nicht hier. Sondern eher hier. Hier kommt doch bestimmt gleich ein Kampf, aber hier schon. Hinten ist wer. Ja. Bleib schön lieb. Bleib schön lieb. Ich hab doch gesagt. Ich erledige das. Das ist glaub ich kein Charakter für mich. Bispiele hin. Oh Gott und so. Da hab ich dann gesagt. Ah. Ich hab das nicht. Ja das kein Charakter, was ich hier sehen kann. Hinten ist wie ein Charakter für mich. Hinten ist? Oh Gott. Nein, ich hab das nicht. was und und Halt die Geduld! Es wird noch eine Weile winzern! Ja, sind wir genauso behindert wie ich. Ja, ich auch. Unser System braucht noch Hilfe. Okay. Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Es ist ein Scheißspiel. Ich bin gleich wieder. Ich bin jetzt wieder da. Nach dieser Folge werde ich aber definitiv einen Aufnahmestopp machen. Oh Scheiße. Delgado! Hier dritten Arschloch! Ich leide nach! Den Flammwerfer, warum hat den Flammwerfer? Steh auf, ich bin auch nicht mit dir fertig. Mit einem vollen Magazin predigt es sich gleich viel einfacher. Ansichten der Küche. Okay. Haben wir einen neuen Zauber dazu bekommen? Es ist ein Hinterhalt! Bleib schön lieben! Warum benutzt er ihn jetzt nicht? Ey, ich müsste doch einfach das drücken und dann erkannte er selber einhalten. Das ist das, was du wolltest! Was ist das? Ich bin nur noch nicht! Ich bin nur noch nicht. Ich bin nur noch nicht. Ich bin nur noch nicht. Es hält nicht mehr lange, es hält nicht mehr lange. Ja, kein Wunder, dass du da vorne verwechst. Ich schulde dir einen Gefallen. Ich schulde dir einen Gefallen. Kümmert euch auf den Tisch! Sie braucht Hilfe! Chaochi! Ich leide nach! Okay, okay, okay. Oben, unten, rechts. Sie ist verletzt. Nein, keine Fanate treffen. Falltreffer! Danke, das genügt. Seid ihr alle okay? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nein. Gebt mir den behinderten Priester hier. Hier können wir gleich wieder was. Sieh mal, wer da ist. Ich glaube, es will wieder, dass wir ihm folgen. Ich glaube, es will wieder, dass wir ihm folgen. Danke, es wird immer noch verhalten. Okay. Das Lied habe ich auch als Soundtrack verwendet für die Pläne. Das Lied. Doch was es hiermit auf sich hat, werdet ihr erst in der nächsten Folge erfahren. Ich verabschiede mich recht herzlich von euch für heute. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Chris Prey. Was wäre das? Warmäßig? Am mache. Vielen Dank.